Für mich bedeutet, ein Athlet zu sein, irgendwie selbstständig zu sein, an mir selber arbeiten zu können mit meinem Körper, mit meinem Geist. Es ist auch etwas sehr Schwieriges, sein eigenes Limit zu finden. Man darf es nicht zu oft übertreiben, dann ist man ständig verletzt. Das habe ich auch schon hinter mir. Es liegt natürlich viel drin, wenn man weiß, wo die Limits liegen und diese immer weiter nach oben verschieben kann. Adrenalin ist so etwas wie ein Lebenselixier. Ich brauche das. Für mich ist das das, was mich am Leben fühlen lässt. Ich genieße das sehr. Für mich war das eigentlich das Schlimmste, als ich verletzt war. Ja. 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 Ja.